Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mir ist eine Geschichte begegnet, die ich Ihnen gerne weitererzählen möchte. Es ist die Geschichte von einem alten Kloster, welches harte Zeiten durchlebte. Vor langer Zeit hat es eine große Blütezeit doch infolge von Wellen antimonastischer Verfolgungen um 17. und 18. Jahrhundert und der Zunahme des Säkularismus im 19. Jahrhundert hat es alle seine Filialen verloren und wurde so weit dezimiert, dass nur noch fünf Mönche mit dem verfallenen Stammhaus übrig blieben, der Arbt und für andere Mönche alle im Alter weit über die 70. Offensichtlich war alles zum Sterben verurteilt. Es sah wirklich düster aus. Da drinnen in den Wäldern rund um das Kloster gab es eine kleine Hütte, diese nutzte ein Rabbiner aus der Stadt gelegentlich als Einsiedelei. Durch das langjährige Gebet und die Kontemplation konnten die Mönche immer geistlich spüren, wenn der Rabbi in der Einsiedelei war. Der Rabbi ist in den Wäldern, der Rabbi ist wieder da, flüsterten sich dann untereinander zu. Als aber das bevorstehende Ende des Ordens den Arbt so sehr quälte, nutzte der Arbt die Gelegenheit, um die Einsiedelei zu besuchen. Er wollte den Rabbi fragen, ob er nicht eine Möglichkeit sieht, wie man das Kloster retten könnte, ob er nicht irgendwelche Ratschläge hätte. Der Rabbi begrüßte den Arbt in seiner Hütte. Aber als der Arbt den Zweck seines Besuches erläuterte, konnte der Rabbi ihm nur sein Mitleid ausdrücken. Ich weiß, wie das ist, sagte er, der Geist hat die Menschen verlassen. Es ist in der Stadt genauso, niemand kommt mehr in meine Synagoge. So haben der Arbt und der Rabbi gemeinsam geweint. Sie haben noch kurz eine Zeit miteinander gesprochen. Dann musste der Arbt wieder gehen. Sie umarmten sich herzlich. Es war eine wunderbare Sache, dass wir uns nach all diesen Jahren getroffen haben, sagte der Arbt. Dennoch habe ich den Zweck meines Besuches nicht erreicht. Gibt es wirklich nichts, was du mir sagen kannst? Kein Ratschlag, um meinen sterbenden Orden zu retten? Nein, es tut mir leid, antwortete der Rabbi. Ich habe keinen Rat. Das Einzige, was ich nur sagen kann, ist, dass der Messias einer von euch ist. Nun, was hat der Rabbi gesagt, fragten seine Mitmönche den Arbt, als dieser vom Rabbi wiederkam. Er sieht auch keine Möglichkeit, antwortete der Arbt. Wir haben nur geweint und zusammen die Tore gelesen. Das Einzige, was er sagte, als ich ihn gerade verlassen wollte, es war fast kryptisch, dass der Messias einer von uns ist. Ich weiß aber nicht so richtig, was er damit meinte. In folgenden Tagen, Wochen und Monaten dachten die alten München nach und fragten nach der Bedeutung der Worte des Rabbis. Der Messias ist einer von uns? Kann er überhaupt einen von uns München gemeint haben? Wenn das der Fall ist, wen dann? Glaubst du, er meint den Arbt? Er war der Leiter mehr als eine Generation lang. Auf der anderen Seite könnte er auch Bruder Thomas gemeint haben. Sicher, Bruder Thomas ist ein heiliger Mensch. Jeder weiß, dass Bruder Thomas ein Mann des Lichtes ist. Mit Sicherheit hat er nicht Bruder Elred gemeint. Elred, der ist manchmal recht mürrisch. Wobei, wenn man sich so recht bedenkt, auch wenn er manchmal ein Dorn im Auge der Menschen ist, Elred hat fast immer recht. Vielleicht meint der Rabbi ja doch Bruder Elred. Aber natürlich meint der Rabbi nicht mich. Garantiert hat er mich nicht gemeint. Wer bin ich denn? Ich bin doch ein ganz gewöhnlicher Mensch. Wobei, angenommen, der Rabbi hat doch mich gemeint. Angenommen, ich bin der Messias. Oh Gott, ich doch nicht. Ich kann doch gar nicht so viel für dich tun, Gott. Als das die alten Mönche in Betracht zogen, begannen sie einander mit außergewöhnlicher Liebe und Respekt zu begegnen. Es könnte ja der unwahrscheinliche Fall sein, dass einer von ihnen der Messias ist. Und aus der unwahrscheinlichen Möglichkeit, dass jeder Mönch selbst der Messias sein könnte, begannen sie einander mit außergewöhnlicher Liebe und Respekt zu begegnen. Ich bin davon überzeugt, unsere Welt kann ein einmaliger Ort sein, wenn wir miteinander umgehen, als wenn der andere Jesus Christus selber ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine liebe und respektvolle Sommerzeit voller Begegnung.